Sind Impfstoffe gefährlich für die Gesundheit? Viele Menschen stellen sich die Frage, ob Impfstoffe gefährlich für die Gesundheit sind. Laut Forschung überwiegen die Vorteile von Impfungen ihre Gefahren. Hier erfährst du mehr darüber. Impfstoffe sind ein außergewöhnliches Ergebnis der medizinischen Forschung. Außerdem haben sie die Lebensqualität der Menschen weltweit auf bemerkenswerte Weise verbessert. Da es sich jedoch um ein sehr aktuelles Thema handelt, gibt es immer wieder kontroverse Meinungen über ihre Verwendung. In diesem Artikel klären wir Zweifel an der Sicherheit von Impfstoffen und stellen die Frage, sind Impfstoffe gefährlich für die Gesundheit? Sind Impfstoffe gefährlich für die Gesundheit? Impfstoffe werden in den menschlichen Körper injiziert, um das Immunsystem zu stimulieren und Krankheiten zu verhindern oder zu bekämpfen. In der Regel ermöglichen sie die Bildung von Antigenen, die uns helfen, den Krankheitserreger jedes Mal zu bekämpfen, wenn er in unseren Körper eindringt. Arten von Impfstoffen Es gibt verschiedene Arten von Impfstoffen. Toxoid-Vakzine – diese enthalten ein Toxin oder eine Chemikalie, die von den Bakterien oder Viren produziert wird. Außerdem haben sie eine lokale Wirkung und immunisieren gegen den viralen oder bakteriellen Erreger. Beispiele sind Impfstoffe gegen Diphtherie und Tetanus. Inaktivierte Impfstoffe werden aus Fragmenten oder Molekülen hergestellt, die von dem Krankheitserreger stammen. Ein Beispiel dafür ist der Keuchhusten-Impfstoff. Lebend-Virus-Impfstoffe Diese Impfstoffe verwenden dasselbe Virus, das die Krankheit verursacht, jedoch in abgeschwächter Form. Beispiele hierfür sind die Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Windpocken. Biosynthetische Vakzine WissenschaftlerInnen verwenden künstliche Substanzen, die Fragmente von Krankheitserregern imitieren. Das ist zum Beispiel bei der Impfung gegen Hepatitis B der Fall. Viele Infektionen verursachen irreversible Störungen im Organismus, besonders bei Kindern. Daher werden in verschiedenen Ländern Impfkampagnen durchgeführt, um Kinder zu immunisieren. Dennoch stellen sich viele Menschen die Frage, ob Impfungen tatsächlich schädlich sein können. Sind Impfstoffe sicher? Wie du dir vorstellen kannst, variiert der Einfluss dieser Vakzine je nach Physiologie und Empfindlichkeit der einzelnen Personen. Dennoch überwiegen laut der American Academy of Pediatrics, den Centers for Disease Control and Prevention, CDC, und nach Aussagen des Robert-Koch-Instituts die Vorteile bei weitem die Gefahren. Nachfolgend findest du einige Tipps, die dir helfen, schlechte Erfahrungen mit Impfstoffen zu vermeiden. Wenn dein Immunsystem geschwächt ist, solltest du lebend Virusimpfstoffe meiden, wie sie bei Impfungen gegen Mumps, Grippe und Masern verwendet werden, da sich dadurch das Infektionsrisiko erhöht. Wenn du nach einer Impfung eine allergische Reaktion oder Beschwerden hast, solltest du sofort deinen Arzt aufsuchen. Akzeptiere nur Impfstoffe, die von seriösen Pharmaunternehmen stammen, setze dich und deine Familie keinem Risiko aus, indem du auf unbekannte Produkte zurückgreifst, die gefährlich sein können. Laut Dr. David Ayub, einem amerikanischen Spezialisten, enthalten die Impfstoffe gegen Hepatitis A und B, Diphtherie und Tetanusaluminium und Quecksilber. Diese Metalle können die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen und sogar giftig sein. Daher solltest du dich bei einem Facharzt über die Bestandteile des Impfstoffs informieren, den du bekommst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017